hmm ich glaube es ist wieder soweit es ist ein wunderschöner tag draußen wir sitzen trotzdem drin und spielen minecraft ja und mit dabei sind wieder klaas hallo und shadow ja du kannst jetzt ein weizen kein willi bauen und ich mache erst mal das hier was denn musik an wie wäre es wenn du mal millionen sammeln sucht ich kann nicht wenn ich will hier oder mehr so in die wüste rein hier war es doch cool oder wo noch platz ist wo hier enderman ich nein bleibt da muss ihn anschauen dann greift er dich an das ja ja ich schaue dich an ich schaue dich an mit optifine schaue ich dich an schaue mir die auch kleines da ist er doch ja 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 ich habe mich schon angeschaut die bitch ist weg da ist er im fels ja ja komm her kleines komm mal hier schau dich an du spacke ich glaube die musik ist noch ein bissel zu laut aber nur ein tic das ist er weg lol er mag dich nicht wo ist eigentlich der chris hin ach so der ist ein neta nein ich bin hier unten was will was will ich bitte schön im neta wieso soll ich die tür im neta bauen wenn wir eine bräuchten ja gut brauche ich aber redstone hey weiß einer von euch wie man diese repeater macht ich glaube so braucht muster und jetzt ja ja warte repeater sind eigentlich ganz easy easy piece aus ich glaube braucht man da clean stone oder die kabel braucht man clean stone aber schau lieber mal nach haben wir eigentlich noch genug sand weil ich brauche ich will glas machen und dann für uns flaschen ja genügend da ist ja kabel drin das ist noch mal sand warte mal hier ich brenne noch einmal 64 sand sogar noch 38 in den teilen ach ja wir wollten ja noch einmal runter gehen und das restliche zeug hoch holen oder nicht warte mal was unten ja wir hatten da unten drei kisten ja können wir später auch mal machen also ich mache es schon mal während der sand brennt aber ich hoffe ich kann auch den weg nach oben ja ich kenne glaube ich noch erstmal zum safe room jetzt hier entlang nimm die abkürzung hui kannst du machen so dann jetzt hier zum safe und dann in die richtung ich glaube hier oben ich bin hier eigentlich irgendwo cleanest wo ich frage muss sie brennen wenn nicht dann brennen sie dir ja ok nein nein oh Gott ich werde runter gefallen so was brauche ich denn alles ach da kommen wir auch hoch ja ich habe den weg von unserem alten safe room zum neuen mit so gravel markiert ach so ach so habe ich mich von abgebaut nice weil der hier so im weg stand da ist der safe room hier ähm chris wie macht man eigentlich pistons pistons warte weil ich es gerade da habe ähm in der ersten in der obersten reihe wurden planks dann in der zweiten reihe ein kabel ein eisen ein kabel und in der letzten reihe ein kabel redstone kabel kabel redstone kabel das heißt redstone au ah schlampenskelett alter so ach ja und die kisten sind hier noch alle ziemlich voll so oben das dann das mit der gravel markierung ist schon gut aber das ist ja auch nicht arg so weit weg sehr nice wozu brauchst du jetzt pistons man für die weizenfarm da für die ja genau für die weizenfarm weizenkeim wie die ich mache mir mal 15 und ich muss warten bis die cleanies fertig sind weil ich brauche genau 4 repeater macht ihr halt 64 ist doch scheiss egal mache ich ja gerade aber ich muss warten also ihr könnt ruhig noch mehr cleanies ihr könnt noch mehr cleanies machen ich komme gerade wieder mit ziemlich vielen stacks cobblestone hoch ja ja von unserer letzten ähm farm die wir da gemacht haben ich reiß mir unsere eisentür weg hier unten zum haus das ist eine eisentür warum die geht mir auf den sack wieso dann kommen zombies rein falls ihr in unserem vorgarten nicht spawnen wir haben doch hier einen zaun außen rum achso leckst du gerade weil das abreißt oder es kommt aber scharf rein ja hausscharf ich glaube wir brauchen eine neue kiste für cobblestone schauts da mal rein ja sieht doch schon immer nice aus ja jetzt machst du ein bisschen cleanstone dann machst du mal eine kiste drüber ne geht nicht ich habe noch dirt so ich glaube ich habe jetzt alles ach die ofen brennen hier gerade alles schön oder? ja ja sicher kannst du ja hier unten die öfen benutzen ja das mache ich dann auch weil ich brenne jetzt mal kurz ich habe noch 34 gold und 24 eisen ist irgendwie so hell hier drin kommt cool so ein bisschen mehr kohle haben wir noch mehr eisen und gold die Rohstoffnuten schlagen zurück ja mein diamantschwert hat so noch ein bisschen über die hälfte an leben jetzt sollten wir jetzt nochmal so ein enchargement table endlich bauen zum verbessern oh ja das könnte man machen schau mal nach wie man den craften ich weiß jetzt nicht auswendig wen denn? den enchantment ja genau enchargement enchantment table oder wie auch heißt zum verzauberung ja genau und dann außenrum bücherregale haben wir eigentlich schon zucker ja ja unten am Wasser ja unten am Wasser ist jetzt grad voll blöd dass ich das deutsche minecraft wikipedia offen habe ist doch furscht nein das ist nicht ich orientiere mich immer an den icons ich hasse die deutsche version ah hier Zaubertisch dazu brauchen wir 4 obsidian Hammer ein Buch und 2 diamanten Hammer alles gut dann kommt nämlich ganz oben in der Mitte das Buch dann in der zweiten Reihe links und rechts der Diamant in der Mitte ist obsidian und in der letzten Reihe nur obsidian ja ich mach dann für uns ein paar Tränke so für den Netter den dass man in Lava gehen kann ja ich mach dann für uns ein paar Tränke so für den Netter den dass man in Lava gehen kann ja mit äh mit redstone genau und glowstone war verstärken und schmeiß äh schmeißbar machen war mit schwarzpulver oder? ja genau aber schmeißen also so ein schmeißtrank ist eigentlich das beste für uns 3 wenn man einen äh an den Boden in den Boden schmeißt dann sind alle 3 haben dann den Trank dann müssen wir keine 3 brauen ja gut wir haben aber einen Haufen Zeug also an Goldnuggets und so dann wir sind ja nicht im Hardcore wir spielen ja nicht Hardcore weil da muss man ganze Goldblöcke verflüten so ich glaube ich muss noch zweimal runter ich hab schon wieder Eisen äh apropos ich hab Diamanten ähm wo kommen die hin? ah Larpses Lazuli hab ich auch natürlich hier ist einfach mal alles ab warte hier wird immer das Eisen nochmal flug neu ähm ich glaube wir brauchen eine neue Kabelkiste ich hab nämlich immer noch 8 Stacks oder so ja hm ach verdammt ich hab Restone vergessen sollen wir eine neue Kabelkiste machen? genau wir machen eine 1 ja einfach machs einfach oben drunter ja oben drüber ja können wir aber nicht mehr rausziehen doch nicht da oben drüber da oben da hoch 1 hoch achso da oben? ganz oben? ja ich glaube dann kann man es nicht öffnen oder? weiß ich nicht es ist Skinner 2 übereinander nochmal so wo soll eigentlich der ganze Grausch in den ich hab? echt? was für ein Grausch? einfach einzutieren weil es bis zuordnen soll also unsere Würfelkiste ist hier drin zum Beispiel Schießpulver oder so ja Schießpulver kommt da in die Gruschelkiste hier direkt am am Loch ja so ich such jetzt grad ich tu mal den Cleanstone hier in die Kiste oben hin also wenn du von der Tür gerade reingehst die Kiste oben rechts äh Kabel Kabel und den Moss Stone natürlich auch da rein Stone Slap Moss Stone ach das ist Gravel so Gravel genau die Buttons ich hab noch 11 Diamanten die kommen in die Kiste jetzt haben wir 16 16 16 Diamanten ist ja nice ja bim 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 und nochmal nach unten ne wa brauchen wir noch Hände eigentlich? ne oder? lass die einfach drin ist euch wahr ich bin ja nicht auf Normal ne ich muss ja auf Normal stellen steht bei euch auch noch auf Peacevoll von der Adventure Map hehehe hab ich grad gesehen ja ähm passt das wenn unser Feld 13 breit ist 13? Ja Gut Wo genau im Nähter wolltet ihr die Doppeltür haben? Ähm, wir haben ein paar Teile aus Spawnt Einfach zum Tunnel hin Okay, den Rest lasst ihr jetzt einfach mal so unten stehen Da eine 4er Tür, wenn der Gang 4 breit ist Na super Äh, eine 2er Tür, wenn der Gang 4 breit ist Welcher Gang? Muss ich es halt ein bisschen verkleinern, ist ja wurscht Äh, da Ich fütte nochmal die Tiere, weil ich seh grad, ich hab schon wieder Hunger Und ich hab vorhin erstens Steak gegessen, die gehen bei mir weg wie warme Semmel Hm Okay, wie viel Platz brauch ich denn da? Ich brauch ein paar Leute, Peter Sollen die 2 Türen dann direkt am Anfang sein oder erst nach den 2 Türen die ihr da gehabt? Direkt am Anfang, wär cool Okay Holz oder Eisentüren? Ist dir überlassen Ist dir überlassen Nämlich Eisen, muss ich aber erst noch welche machen Ähm, wo hast du denn den Stone reinkaut? Ähm, den Clean Stone hab ich jetzt hier oben links Aber ich hab noch so viel Kabel übrig, da muss ich jetzt hier unten auch noch... Brennen noch ein paar Ich brauch noch ein paar Repeater Ja Wie gingen denn die? Repeater? Hm Ähm, schau mal Ding nach Vicky Repeater? Die hab ich grad gemacht Haha Ja, wie gingen die? 2, 3 Redstone Fackel Red... Redstone selber Nochmal Redstone Fackel Und ganz unten 3 Gini's Ne Redstone Fackel Wo kommt nochmal Flint hin? Zur Gravelkiste, oder? 49 Flint Wie viele Federn haben wir? Können wir eigentlich wieder auf Pfeile bauen? Ich schau mal nach wie viele Federn wir haben Federn haben wir... 2, wow Kriegen wir 8 Pfeile, oder? Mal Also zweite Reihe Links und rechts eine Redstone Fackel In der Mitte eine Redstone selbst Und ganz unten 3 Gini's Ah ok, danke So, ich werde jetzt noch die Tiere die wir auch schlachten können Wart mal Also Kühe So Kiste steht So So Schweinchen Ihr auch Hier ist die zwei Skelette Hier ist die zwei Skelette Ist ja nicht laut gerade So So Na komm, hier Skelett Ich mach dich nicht so Erstmal die Eier schmeißen Ok Ok, Creeper Wo? Da! Boah weh, der ist jetzt bei unserer Farm irgendwo hochgegangen Ne, ne Wir sollten eigentlich einen Doppelzaun bauen Weil wenn hier der Zaun hochgeht aus Versehen wieder Dann sind wieder alle Tiere auf freiem Fuß Ne, sieht doch scheiße aus Das ist Extrem schön Extrem schön Bisschen So Spinnen Klar, nehmen wir auch noch mit So Ne, jetzt am Mehler Kill ich jetzt nicht So Ich glaub Nein, nicht das Huhn abknallen Nein, nicht das Huhn abknallen Nein, nicht das